was geht meine freunde und herzlich willkommen auf dem kanal der yogi es war wieder back arm stitze für euch heute mit der nächsten folge fame and glory wir sind mittlerweile schon an der position 5 am rang 5 so jetzt fällt es mir ein letzte folge war ein bisschen herrschaft ein bisschen viel objective schauen wir mal was wir dazu bekommen haben ob wir wieder ein bisschen unsere waffe aufpimpen können hvk 30 die manor war fand ich gar nicht schlecht in der beta wir bleiben mal noch bei der wieso sind jetzt alle aufsätze weg verstehe ich jetzt nicht griff und das visier aufklärung ich bin eigentlich zufrieden so wie die bisher war hier brauchen wir nichts auch nichts ich bin mit wenig zufrieden level 5 mal gucken wie weit wir heute kommen ich würde sagen heute geht's sprengkommando interessant habe ich selten gespielt ich meine bei modern warfare 2 habe ich das zum letzten mal gespielt ich bin gespannt wir sehen uns gleich in game so wir scheuen heute nach sprengkommando auf combain wieder wie in der letzten folge ich war natürlich nichts dran machen ich nehme das spiel so wie es kommt auch wenn ich so richtig verkack wie in der ersten folge auch wenn ich die brutalen gegner hat es wird genommen wie es kommt 12 11 10 somit ich bin bereit ach mit ja klar gar nicht nach sondern pünktlich sprengkommando ab geht's ich denke heute werde ich eher richtung kills gehen zwei minuten 25 eine runde wir müssen verteidigen ich gehe mal richtung a ja er wartet natürlich er wartet natürlich war aber auch blöd von mir gemacht da steht eigentlich immer einer so der wird da jetzt immer noch sein nein er schammt schon vor ich wollte ihn überraschen ok der deckt jetzt die linke flanke ab blendgranate rein jawohl wir haben ihn und da liegen sie zu zweit aber gg easy beide bekommen ich denke deinen rücken durch pressen und offline sehr gut gemacht und ich habe einen großen beitrag zu geleistet möchte ich behaupten so wir decken jetzt mal diese seite hier ab gucken wo sie kommen schön ruhig okay einer von uns rechte seite wird er jetzt kommen ich habe die seite ohne kontrolle hier ganz eng an der mauer da würde ich keiner erwarten jawohl hat gut geklappt oh nein 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 aber immerhin habe ich ihn noch bekommen das wäre richtig räudig gewesen oh nein 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 falsche knopf ups soll auch mal vorkommen darf mir auch mal passieren alles klar was war das gerade kann ich noch gar nicht ganz hinten einer den haben wir komm lade schneller nach der wartet bestimmt noch nein wo hinter mir man komm schon entschärfen jungs entschärfen er wartet wieder man ich bin aber auch bescheuert okay die erste haben wir wohl verloren das werden wir nicht mehr schaffen bleibe ich aber hier jetzt machen wir mal den spieß umgedreht komm schon du willst es doch auch das ist doch einfach ein behindertes kind mein gott da kann ich auch mit dem linkrad spielen wichser na warte okay dann machen wir das einfach so so guck das kann ich auch du wichser scheiße bin ich gerade erschrocken wieder eine richtige räudige runde so gehen wir mal so durch hab ich hab ich gesehen boah shit schön mit bande ha dickenseck loser und gleich durchpreschen der warte wieder kommen komm lade nach lade nach lade nach wohl oh oh komm schon komm schon nein er lädt einfach nicht nach man nächste drohne eine minute 30 noch die sensoren erfassen das ziel feinde haben unsere drohne zerstört okay wir pushen mal ein bisschen vor kriegen hier richtig ordentlich auf die nüsse drohne nähert sich kommt einer hier boah was war das scheiße komm schon gar keine chance gegen das vieh okay wir müssen gucken dass wir zu b durchkommen hau ab boxt ihn bombe aktiv okay es kommt schon entschärft jetzt komm 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 entschärft schon Junge nimm die Punkte mit gib ihm boah genau noch zum richtigen Zeitpunkt entschärft 30 Sekunden noch komm push 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 jawohl jawohl scheiße von oben aber egal das bringt Zeit 1-0 für uns wohl erste Runde jetzt Seitenwechsel jetzt sind wir dran mitlegen ich finde es auf jeden Fall so richtig lecker so Road to verschiedene Modis einfach durch habt ihr auf jeden Fall alles gesehen so erste Runde gewonnen Konzentration 2 1 los so Jungs nochmal volle Konzentration schön 50-50 einer zu B einer zu A dass wir die Gegner ein bisschen auseinanderziehen würde ich behaupten da haben wir doch schon den ersten hier hat es auf jeden Fall irgendwo einer okay da oben jawohl komm schon Nate zur Sicherheit jawohl Diggenseck Mann wenn ich mich da jetzt noch gerettet hätte wäre geil gewesen kommt schon Jungs kommt schon oh Mann er stummt einfach nicht okay ich komme rüber zu B äh zu A dass wir die Bombe auf jeden Fall kriegen komm töt ihn oh gegen das Viech ey was soll denn das komm schon komm schon komm schon jawohl die erste haben wir nein egal ab zu B das sieht sehr gut aus schon früh schon die erste Bombe gezündet jawohl muus jawohl ich liebe die Wumme die ist einfach eine Männerwumme danke die Punkte snagge ich mir gar nicht feindliche Vorräte über uns feindlicher Zerberus unterwegs das war das hier ein Taktikeinstieg oder so ach komm ich war schon um die Ecke ich wollte ich wollte mir die von hinten nehmen von hinten er hat gesagt von hinten ich war jetzt mal alle da hey woher kriegen die das ganze Zeug hier das sind doch die Oberloser okay Bombe ist scharf lass mich lieben scheiße Bombe in Schaft jawohl schön von hinten ah da war noch mal einer man so schön durchgebrochen durch die Abwehr ich gehe jetzt mal einen richtig unkonventionellen Weg komplett außen rum guck mal ob ich von hinten durchbrechen kann so viel zum Thema Hannibal hat den guten Plan und er ist wie immer gescheitert haben wir ich sollte viel früher nachladen man ich lerne es einfach nicht ich sollte vorher nachladen bevor ich meine Deckung verlasse immer dasselbe mit mir so mal gucken ob der immer noch hier sitzt jawohl Mixer so komm 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 gib ihm da muss einer nachrücken Mann was machen denn die Teams auf der linken Flanke die sollen doch rüber zu B so ein Team kannst du nicht gewinnen verstehe ich nicht Level 7 immerhin schon mit einem Game gleich mal zwei Levels übersprungen gehen wir mal oben durch scheiße das war kacke so war das nichts Jungs wir haben noch eine Minute auf geht's so komm gib ihm ich gib Deckung los gib ihm komm leg das Ding oh ne er stirbt neben mir oder oh Gott sei Dank dachte schon alles für den Arsch so und jetzt halte das Ding hab ich komm schon ja die sollen ruhig von hinten kommen kein Problem 20 Sekunden noch auf geht's move move schnell einer zu B schnell 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 komm schon den hab ich mal noch vorsichtshalber eine Nate hin Sicherheit geht vor einfach rein rotzen scheiß drauf ob ich sterbe wenn der die Bomben schafft hätte wär's kacke gewesen und wir haben's jawohl ich möchte behaupten ich hab diesen Sieg hier eingeleitet mit meiner Wumme hat auf jeden Fall Bock gemacht wenn's euch auch gefallen hat lasst mir ein Like da und wir hauen wieder einige Folgen noch raus leider nicht last kill aber ich bin zufrieden mit der Aktion wir sehen uns beim nächsten Video wieder macht's gut bis dann euer Yogi ciao kommando erbitte verlegung zu neuem brennpunkt